Der von Ihnen eingegebene Code ist richtig. Ich bin Ulla Kockanbrink und ich moderiere die 100.000 Mark Show. Ich glaube, dass diese Rückschau in vermeintlich sicherere Zeiten, einfach mal rauszukommen, in eine andere Welt abzutauchen und vielleicht sogar generationsübergreifend mal wieder eine Sendung zu sehen. Die Traumhochzeit vielleicht? Das wäre doch ganz schön, weil es wird geheiratet wie verrückt. Und ich glaube, dass heute moderne Pärchen ganz anders miteinander umgehen als noch in den 90ern, wo es ja noch immer so, na, räumt der Mann die Spülmaschine aus? Ja, also das wäre, glaube ich, heute keine Frage mehr. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf die 100.000 Mark Show. Am Sonntag geht es wieder los. Seid dabei und schaut zu. Wird spannend. Wird spannend. Bis zum nächsten Mal.